Milo, Adi, wenn ihr mal zu Aarau seid, kommt in die 90 Grad Kaffeebar. Beste Lade. Soll ich heute mit der reingehen? Weil ich nicht genau weiss, wo meine andere Brille ist. Ah, hier! Stimmt! Schöner Wetter! Heute noch Skifahrtag, der letzte Skifahrtag. Wir gehen gleich auf die Piste. Ja, ich weiss, bisschen spät und so. Aber wir wollen das Nachmittags-Zirk getrunken, weil es billiger ist. Oh, shit! Oh, shit! Dort oben werden wir dann sein. Ganz, ganz oben. Und jetzt ins Parkhaus. Yalla! Scheisse! Es war immer alles frei! Kannst du Hilfe? What the fuck, Alter? Heute waren wir wirklich effizient, Digga. Oha! Ski! Skii! Skii! Foss! Ei, Milo, komm in die 90 Grad Kaffeebar. Oh, was ist so bequem hier. So geil. Komm in Margao! Komm in Margao! Hat das jemand geklippt, Digga? Meilo, Adi, wenn ihr mal zahraus seid, kommen wir in die 90 Grad Kaffeebar. Besten Lade. Wart ihr schon mal in Vorarlberg? Nee. Äh, nee. Aber es gibt doch keinen Grund nach Vorarlberg zu gehen. Adi, wenn ihr mal zahraus seid, kommen wir in die 90 Grad Kaffeebar. Besten Lade. Das ist die große Halfpipe. So machen wir auch Profis. Das ist so die Größe der Profis. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die größte Halfpipe der Welt ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das aber? Ich bin ready, Digga. Ich bin ready. Ich mache jetzt Hype, man. Oh, jetzt Adi! Let's go! Er hat den Grab nicht bekommen. Cringe auch ein bisschen dann, wenn man den nicht bekommt. Das war jetzt ein Cork 7. Das war smooth, oder? Ja! Jetzt mache ich eine geile Kamerafahrt. Komm, komm, komm! Let's go! Yes, Sir! Was ist das für ein Handy? Das? Ja, das ist mega cool. Ja, das ist so ein kleiner Computer. Samsung? Ja, Samsung, ja. Achtung an die Frauen neben euch, die zwei Männer. Sind die? Das stimmt nicht. Die andere ist ja nichts. Ja, aber, Digga, die sind doch sauer, wenn ich hier einfach straight durchfahre, oder? Nee, wir fahren hinter mir einfach. Ach so. Ich probiere mich so hoch, wie es geht. Ich weiß, ich bin die letzte Mal auch schon gefahren. Diese Seite, die Schattenseite, das ist nur Eis. Ja, ja. Da kommt gar keine Sonne dran. Das ist nur Eis. Den ganzen Tag wahrscheinlich kaum Sonne. Ja, ja. Yo, guys, I'm dropping into the Halfpipe, you know. Gonna do a double, double, double flip. Schau mal, wie klein Adi wird. Wenn man das so sieht. Ich weiß nicht, ob wir das gern haben, wenn ich so hier unten drin fahre. Aber es ist hart. Es ist hart, darum wackelt es auch. Es geht. Aber Adi macht's gut, finde ich. Adi macht gut, Adi macht gut, Adi macht gut. Digga, das ist wahrscheinlich so scheiße aus. Ich war nur so. Kann sein, ja, ja. Aber nur Eis. Ich hab's gehört. Du kannst da gar nicht. Aber sogar unten war viel Eis. Yo, Jetman. Das war geil. Ich fand, der eine hat ein Eis ausgesehen, ja. Da müssen wir nochmal durch nachher. Oh, let's go. Guys, I made it to Toro and I'm gonna do a 540 now. Und jetzt diese RIS-Musik einblenden. Naruto-Musik, Naruto-Musik einfügen, Jet. Hier wieder die gleiche Kamera, die gleiche Optik wie damals. Adi, geht rüber. Let's go, Baby. Oh, let's go. Ja. Okay. Oh. Oh, geht's ihm? Ja, der ist okay. Jo, ho. Was ist das für ein Saun eigentlich? Jo, ho. Oh. Alles grins, grins, grins. Sieht man dann Melos auch. Ich hab gerade Mathe. Lol, es gibt hier... Wer schaut sich das an? Du, äh... Das fragen wir uns eigentlich auch den ganzen Tag. Ja. Ja. Stimmt nicht. Das schreibt der Chat nur. 1 zu 1 Impression, oder? Ja. Achtung an die Frauen. Oh, yes, Sir. Die Männer sind Diebe. Yes, Sir. Und jetzt rückwärts runter und das Wort. Sieht smooth aus? Es fühlt sich auf jeden Fall smoother an. Chat, ich zeig euch jetzt das mal, okay? Ich zeig euch jetzt mal 360. Dort oben die Galaxie. Dann hast du hier, dort hinten der ganz kleine Park. Dann hast du hier den großen Park. Mit der Kicker-Line. Guckt euch das an. Du jittest dich einfach so ins Tal. Hier links, P60. Und dann einfach hier zurück. Mashallah. Andy's dropping it with the huge straight air. Dein kleiner Rundgang. Geil, 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 geil. Jetzt hier so eine Spongebob-Failmusik einblenden, bitte. Jetzt geh ich über den Ecken. Fragt doch Red Bull, ob ihr Red Bull Play Street streamen dürft. Ja, auf dieser Seite. Oh, fast! Fast, 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 fast. Let's go, Adi. Immerhin Switch weg. Ja, stimmt, ja. Das wollte ich. Das war ja das Ziel, oder? Ich wollte bis zum Ende sliden eigentlich. Klami, das macht so Spaß. Auch wenn es immer das Gleiche ist. Ja, ja, ja. Weißt du, wieso? Weil du hast so diesen Moment, wo du so... Jetzt! Und da geht's wieder nach unten. Die sind gut, die sind gut. Jetzt Adi. Oh, let's go! Wir müssen den nächsten Mal noch von oben filmen. Weißt du, von unten. Wie? Von oben. Moin, meine aktiven Freunde. Muss immer mit White winken. Wie weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ja, ja. Ist der Heck. Ah, der war gut! Der war gut, der war gut! Yeah! 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 Oh, jetzt haben wir wieder Golden Hour Jet. Sei mal still neben uns auf dem Lift. Warum komm ich immer nur in den Stream, wenn ihr auf dem Lift seid? Ja, weil wir einfach immer im Lift sind. Hallo! Hallo! Ja! Zog dir später noch Minecraft. Wahrscheinlich ja. Adi, wieso bist du so ein NPC? Pfff! Na ja, wir hatten nur einen Tag Skifahren geplant. Wir dachten, dass wir alles ein bisschen mehr durchgeplant haben, aber... Aber überhaupt nicht. Wir haben ja am Schluss viel gemacht, aber irgendwie... Man hat halt auch viel Zeit. Aber ich fand die Aktivitäten bis jetzt fast immer am geilsten. Und Minecraft. Gibt's heute noch ein Flying? Hörschwetzer auf. Ah, Kerling war schon sehr strong. Was machen die ganz genau so? Ähm... Livestream. Also wie tue ich gerade Livestream auf... Da schreibe über Lüt. Da schreibe über Lüt, wo ich gerade zusehe. Diese Streamer sind Diebe. Ne, die fache immer... Die schreibe den in den Schießdreck. Okay. Ah ja. Die beiden Herren sind gerade schwer am Arbeiten. Ja gut, 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 gut. Der war hoch. Der jetzt wieder ein bisschen... Na ja. Und jetzt? Jawoll! Denkst du ich schaffe ein 270 mit Handy? Probier es jetzt, Chat. Vielleicht fliegt jetzt raus. Dicker! Der war trash! Dieser Hang ist so perfekt gemacht für Abendsonne hier. Weiß ich, geht so langsam unter... Perfetto, perfetto! Schuuuul! Jetzt diesen, die aber noch mal ordentlich reinsam haben. Teil Air! Aber ihr kennt das nicht, Chat. Was wollen wir machen? Ich kann ein 270 ab einer Side-Hit. Weißt du, ist doch auch was, oder? Nicht, na ja. Hast du gesehen? Das ist ein Shifty. Juuu! Digga! Yes, Sir! Der Stease fehlt hier noch ein bisschen. Ja, ich glaube auch, ja. Oh! Oh! Schuhe öffnen, Digga! Heute war so anstrengend. Ich feiere deine Videos. Danke! Sehr nice. Hast du ein Video gemacht im Tags hier? Nein, wir sind live. Ah, ihr seid live? Tiktok oder was? Nein, Twitch. Ah, besser ist. Besser ist. Aber Tiktok auch, ja. Ah, ja, scheisse. Ah, shit. Meine Tochter fängt an. Ja, 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 nein. Ja? Aber komm, machen wir es. Guck mal. 90 Grad Kaffeebar. Beste Lade. Ja!